Und damit herzlich willkommen zurück bei Bully. Wie immer gleich pennen gehen. Weil was? Diskrete Lieferung. Ach du Scheiße. Erstmal pennen. Wie immer. Wie immer, immer, immer. Erstmal pennen. 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 Diskrete Lieferung. Verteidiger der Festung. Es ist nur Verteidiger der Festung. Naja. Da wissen wir ja, was wir zu tun haben, ne? Unterricht. Ach Quatsch. Wir tun unsere Pflicht. Unsere Pflicht muss getan werden. Nee, ich helfe dir jetzt ne. Geh weg. Pui. Aus, böses Kind. Hi. I'm so glad to see you. Ja, ja. Das sagst du nur. Du willst nur mal was haben. Verteidiger der Festung. Aua. Sag mal. Sag mal. Hacks noch. Du Idiot. Elender Bläder. Du. Hat ja wohl nicht mehr Latten am Zaul. Aua. Tschüss. Du könntest eh nicht so lange rennen. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. Ja. Gucken, wie lange das dauert hier mit der Verteidiger der Festung. Unterricht wurde eh überbewertet. Also von daher. So, bin ich mal gespannt. Oh, hier he is. Mr. Big. Oh, can't you just get lost. Or help. We're trying to get out of here. Come on, Muscles. We've not got long. What are you talking about? The jocks are coming. To kill us. Oh, thanks to you and your sordid little pictures. You wanted them. You're the sicko. A healthy interest in sexual matters is natural during puberty, bud. That's why I was having those dreams. Anyway, this is not important right now. I am about to die. We all are. When are they coming? What about your famous defense system? Oh, it's broken, okay? Can't you fix it? I need a bit of time. We have no time. We're dead. Dead. I love you, my friends. Look, you fix it. I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out of here, you sickos. We're coming in, you guys. We're ready for you, nerds. Zoomed. These feelings are natural. And I'm about to die for them. Just go fix the defense system and I'll take care of the goons. Come on, you wimp. We're coming to get you. Get out of here, sickos. Jetzt gibt's auf den Kopf. Anscheinend. Auf den Kopf. Gehe zur Barrikade. Das wäre ich tot. Lauf, Jimmy, lauf. Gehe diner. We're doomed! The trucks are coming! The outer barricade has been breached! Pull back! Äh... Äh... Jetzt gibt's aber ein bisschen Ärger hier, wa? Jimmy, get to the Spud Cannon! It's our last chance! Reindere das die Jogses! Jimmy! This is a kind of exciting game! Das war's für heute. Auf den Kopf. In den Osch. Die kommen ja echt linear hier reingestolpert. Dann ist das ja kein Thema, ne? So, da halten wir mal noch eine Weile drauf. Ich hoffe, das Ding überhitzt sich nicht. Oh, das war's jetzt, ne? Das war's? War's das jetzt? Ernsthaft? Das war's? Schickes Outfit. Ist ja lächerlich. Wie lol. Das kann's ja nicht schon gewesen sein. Ey, schämt euch mal. Ach, halt die Klappe. Da kann ich ja noch echt den Unterricht machen. Da krieg ich noch nicht mal 20 Minuten voll. Ist ein bisschen scheiße von euch, ne? Halt die Klappe. Hab' mir in Ruhe. Ich bin enttäuscht. Ein bisschen. Ist ein bisschen enttäuschend, die Mission. Also, das war... Also, das war... Ah, jetzt ist der Unterricht vorbei. Boah. Also, das war jetzt wirklich etwas enttäuschend, muss ich sagen. Ja, ja. Das fand ich nicht gut, das fand ich nicht gut. Oh, ich bin ein bisschen vorher schon vor Wut das Klo. Oh, ich bin ein bisschen vorher schon vor Wut das Klo. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Ich drehe die Jocks langsam durch hier, oder was? Ich laufe einfach im Kreis und du fällst drauf rein. Oh, Mann. Mathe. Er kriegt ge... Wenn ich jemanden benutze, einen Kalkulator, geht es in den Schrauben. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Äh... Null plus sieben sind sieben, bei... Drei... Lalalalala... 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 Äh... Lalalalala... Lalalalala... Äh... Ein Drittel... Was... Was ist das denn? Oh, Gott. Zeit ist viel zu schnell abgelaufen. Ich hab grad mal 10 Minuten. Schickes Outfit. Diskretion ist alles. Glashaus. Ach, starten wir nochmal einen Versuch vom Glashaus. Das hat man ja schon mal. Irgendwann. Geh jetzt zum Schulparkplatz. Ich geh jetzt zum Schulparkplatz. Zum Schulparkplatz. Schulparkplatz. Cool. Deswegen ist das das letzte Mal schief gelaufen. Wusste ich nie. Ist ja geil. Warum anstrengen? Einfach ziehen lassen. Ach, deswegen ist das Skateboard gut. Naja, warum nicht? Solange wir ja sich mit den Füßen drauf halten können. Der muss doch einen langen Arm eigentlich kriegen. So gesehen. Alter, wie ist schon langsam fährt denn die Auto, ey? La 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 la. Mach doch mal das Radio an. Da ist ja der zu doof zum Auto fahren. Auch gut. So, jetzt will ich ja wohl nicht mehr weiter. Gehe auf Mr. Hedgewigs Grundstück. Nachher auf Mr. Hedgewigs. Ja, wenn man alles kaputt machen soll. Ich glaube mal mit dem Fenster und komme mal ein bisschen besser. Oh, die Bullen. Da sind schon... Da sind schon Bullen. Da sind schon Bullen. Da sind schon Bullen. 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 Scheiße, ich sitze in der Falle. Ich bin irgendwie schnell an denen vorbei. Ja, komm ich. Easy. Easy, easy. Das Ding ist mal total scheiße. Oh, oh. Oh. Scheiße. Scheiße. Oh, Fehlgriff. Absoluter Fehlgriff. Scheiße, die haben mich entdeckt. Die haben mich entdeckt. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, hier wimmelt es ja von denen. Das ist ja furchtbar. Oh, jetzt wurde es im Roten. Oh, 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 oh. Oh, wie viele kommen denn dann noch? Scheiße. Voll verklickt. Boah, Alter. Alter. Das ist schon schwieriger als die vorherige Mission. Jetzt haben wir wieder das Grundstück verlassen. Schaffe ich, das schaffe ich. Schnell an dem Pulli Manzai vorbei. Geschafft. Geil. So, jetzt habe ich auch die 20 Minuten einigermaßen voll. Ich war's nicht. Ich bin nur im Schulbus. Ich war das nicht. So. So, dann haben wir mal in einer Folge zwei Missionen gemacht, weil die erste so kurz war. So, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, wie immer, ne? Tschüss. Tschüss.